Bude, Benni Freilinger hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen. Top-Angebote hier bei uns im Laden diese Woche. Und zwar haben wir hier 5 Kilo Speisekartoffeln aus der Wetterau. 5 Kilo, 1,11 Euro. Doritos-Chips, die große Tüte hier, 275 Gramm, 49 Cent. Mini-Salami-Klassik, eine Art Beefy, 5 Stück sind drin, 99 Cent. Speisequark, Magerstufe, 500 Gramm, 49 Cent. Hähnchenschnitzel, Geflügelfrikadellen und Cheeseburger, hier haben wir ein kurzes Datum, 99 Cent. Trinkmahlzeiten von Power System. Wie die Y-Food, kostet hier die Flasche 1 Euro, also so eine Kiste, 5,99 mit 6 Stück drin. Französischer Weichkäse, 1,29 in Scheiben. Schwarzwälder Schinken von Wein, 150 Gramm, 1,29. Geflügel, Bratwurst, 800 Gramm, 2,99. Gutfried-Hähnchenfleischwurst, 350 Gramm, 1,79 Euro, Top-Angebot. Die guten Knabbermilch in allen möglichen Sorten sind wieder da, 150 Gramm, 1,79 Euro, Dauerpreis. Hier haben wir ein tolles Angebot. Nackensteaks, mediterran, Paprika mariniert, Kilo-Preis, 4,99 Euro. Zimbo, Delicatesse, Salami, verschiedene Sorten, 100 Gramm, 69 Cent. Aus der Tiefkühltruhe ist wieder da die gute Paella, 2,99 Euro für 1,000 Gramm. Pfannengemüse, Klassik, Top-Marke, 800 Gramm, 1,99 Euro. Und die Chicken Nuggets im Backteig, 1,000 Gramm, 5,99 Euro. Milka-Tüten, die haben wir jedes Jahr um die Zeit. Dieses Mal anstatt 16,99 Euro 12 Euro mit verschiedenen Sorten drin. Twix Salted-Karamell, 10er-Pack, 2,49 Euro. Mozart-Kugeln, 273 Gramm aus dem Hause Mirabell. Das ist ein toller Sonderposten, verkürzte Haltbarkeit. Deswegen statt 5,99 Euro nur 2,50 Euro. Das gleiche haben wir hier bei M&M's Peanut. 400 Gramm statt 4,99 Euro 2,50 Euro. Alpia-Tafel-Schokoladen, wir haben sehr viele Sorten da. Je Tafel 69 Cent, ist mittlerweile ein super Preis. Dickmanns, Weihnachts-Dickmanns, 1,99 Euro. Sarotti, magische Momente, dunkle Bralinen, helle Bralinen. Statt 5,79 Euro, 3,50 Euro. Mac & Cheese aus Amerika, die Originalen von Graf, 1,99 Euro statt 2,99 Euro. Bulldog-Rahmen, Spicy Chicken, ein 5er-Pack hier, machen wir 4,99 Euro. Und Chlor, auch Nudelsuppen hier, verschiedene Sorten haben wir da, 2 verschiedene. 22er Karton, 4,99 Euro. Hier haben wir ein kurzes Datum, deswegen 22 Stück davon, 4,99 Euro. Das waren die Angebote diese Woche hier aus unserem Laden. Natürlich haben wir noch viel mehr Tiefkühlware, es kommt auch noch viel mehr Kühlwaren, Wurst, Käse, Getränke. Alles ist am Start, schöne Süßwaren. Deswegen kommt vorbei hier im Lagervergauf Freilinger, Marburger Straße 127, Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Und besucht uns diese Woche auf dem Ortenberger Kaltenmarkt, Freitagabend bis Dienstagabend stehen wir da für euch. Online-Shop lebensmittel-sonderposten.de Wisst ihr ja, müsst ihr auch immer reinschauen, es gibt viele Neuigkeiten. Ihr Lieben, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen mache ich jetzt mal Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut, euer Benni.